Einen wunderschönen guten Morgen! Ja, es geht wieder um die G-Klasse. Ich habe gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden und als nächstes steht jetzt der Sound an. Der hört sich zwar serisch echt verdammt gut an, ist ja logisch eigentlich bei einem V8B-Turbo, aber da geht noch mehr. Und ja, Franky war da fleißig unterwegs. Er hat da nämlich eine schöne Capristo-Anlage geschossen. So, da ist er auch schon fleißig zu Gange. Also das war eine gebrauchte und die war echt richtig abgerockt. Und ja, hier ist er gerade fleißig. Und Franky, wie lange bist du schon zu Gange? Eine Zeit lang. Ja, so ein paar Stündchen sind da schon reingegangen. Ich zeige euch mal, wie die vorher aussah. Das sind ja hier diese Side-Pipes. Die kommen ja auf beiden Seiten raus. So, schauen wir uns hier das gute Stück mal an. So, da haben wir sie. Ja, einmal angepackt hier schon sind die Finger schwatt. Ja, also man sieht schon echt, die hat ein bisschen was erlebt. Schon ganz schön ordentlich angelaufen. Aber, wie man sieht, hier drüben, die kann man auf jeden Fall wieder reanimieren. Ein bisschen polieren. Sieht das hier wieder aus wie neu. Ja, auf jeden Fall ist es eine Klappenanlage und natürlich schön hier mit E-Nummer. Auch wenn man da im Moment noch nicht so viel von sieht, die müssen wir auch erstmal wieder ein bisschen sauber machen. Franky macht noch ordentlich weiter hier und dann wird die später mal dran geschraubt. Ich glaube, das wird richtig brutal. So, damit wir noch mal zeigen können, dass das hier wirklich zulässig ist. Also, hier sieht man die E-Nummer und es spiegelt wieder hier komplett. So, wir sind jetzt gerade hier bei Heidcress Performance angekommen. Franky, freust du dich schon? Ja, perfekt. So, gleich kommt sie drunter. Ja, Heidcress Performance ist eine Werkstatt und die machen nicht die typischen Schraubearbeiten, sondern alle so ein bisschen fresher, ein bisschen schicker. Da sind auch immer echt schicke Karren hier stehen. Wir gucken mal so ein bisschen durch. Hier in GT3. Das ist irgendwie noch komplett neu. Ferrari, Porsche, Junge, Junge, Junge. Hier ist auch noch eine richtig dicke Theke dabei. Das ist ja genau mein Ding. So, die Anlage liegt hier schon und die wird dann jetzt hier drunter geschraubt. So, hier sieht man das mal ganz gut. Das ist der Endschalldämpfer. Der ist da unterbrochen und da kommt dann das neue Stück dran. Auch wieder mit den Sidepipes. Jetzt müssen wir nur noch einmal vorher, nachher Soundcheck Vergleich machen, damit wir auch gucken, ob es dir das wirklich lohnt, das Ding hier. Ja, Frankie, dann lass mal brüllen. Ja. Ja, Heidcress ist jetzt nicht so eine Standard-Schrauberbude, sondern die machen das schon echt vernünftig. Und hier kommen viele Leute hin, die bei Porsche ja nicht ganz so zufrieden sind und die es nochmal ein bisschen perfekter haben wollen. Und von daher läuft das schon. Ja, das ist der Christian Heidcress, der Chef von dem Laden hier. Und der schraubt sogar noch selber mit dir. Willst du noch was erzählen? Ja. So Jungs, jetzt geht das hier wieder los. Die Jungs von AirDesign waren da, haben ihren geilen Geländewagen gebracht. Ja, poliert ist er schon vom Feinsten. Geile Felgen drauf. Jetzt kommt noch ein satter Sound dazu. Capristo Klappenausbruch. Hier liegt er schon. Endrohr schön poliert. Der Klappenausbruch geht zwar in die zweite Serie, aber das ist so eine geile Verarbeitung. Super, guter Edelstahl. Den kann man auch unter das zweite Auto bauen, wie das immer so ist, wenn man dann zu Mercedes geht und sein Auto wieder zurückgibt. Oh, das ist aber nicht original. Das muss ab. Ja, und dann bleibt so ein Ausbruch über. Und den haben die Jungs sicher geschnappt hier, zu mir gebracht. Und den werde ich jetzt mal hier drunter stecken. Auto auf die Hebebühne. Ja, das ist hier noch alles ein bisschen Landmaschinentechnik, so eine Tür. Aber innen drin ist ja in den letzten 40 Jahren ein bisschen was passiert. Machen wir einen Soundcheck hier. Ja, und das wird gleich noch besser. Fetter ist natürlich wieder total super hier. Von den Schrauben kann man gar nichts mehr erkennen. Da hilft nur noch grobe Gewalt. Ehrgäbchen. Ehrgäbchen. Ergäbchen, komm mal hierher. Entschuldigung. Das war's für heute. So, da sind wir wieder. Und Franky, bist du aufgeregt? Von außen sieht jetzt gar nicht mal wirklich viel anders aus. Es sind immer noch die Sidepipes hier. Aber ich denke mal, soundtechnisch wird sich da so einiges tun. Alter! Krass! 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 antine disfruse. Krass! Krass! Oh! Boah, das hört sich so krank an. Ich fahre gerade hier mit einem Elektroauto dahinter her und ich höre dieses Auto einfach so heftig weit. Das ist echt unnormal. Boah, also da hat Capristo auf jeden Fall was richtig Gutes gebaut. Wie die das mit der Zulassung hinkriegt haben, keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall mega an. Ist auch ohne Otto Partikelfilter und sowas alles. Also der Wagen braucht es eben noch nicht. Von daher passt das auch alles. Und ja, danke auch nochmal an Hightpress Performance fürs Einbauen. Hat auch super geklappt. Und ich höre mir dieses Konzert jetzt noch ein paar Minütchen an und sage aber schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao! Dann bügeln wir den hier mal ein bisschen durch. Junge, Junge, Junge! Junge, Junge, Junge! Junge, Junge! Junge, Junge, Junge! Joa, das ist schon ein bisschen was anderes auf jeden Fall. Junge, Junge! Joa, jetzt reicht es! Bis zum nächsten Mal.